Mein Name ist Klaus Rücker. Ich bin Inhaber der Molkerei Rücker, dass wir unseren Käse heute so reifen, wie auch meine Vorfahren es gemacht haben. Den wollen wir uns heute widmen. Dazu nehmen wir traditionelle Holzbürsten. Es braucht Zeit und vor allen Dingen Geduld und Leidenschaft. Lassen Sie es schmecken. Es ist ein besonderes Erlebnis. Copyright Untertitelung des ZDF für funk, 2017